Die stattliche Hunderasse Rhodesian Ridgeback wurde in Afrika als vielseitiger Jäger und Haushüter gezüchtet. Heutzutage jagen sie weniger Löwen als vielmehr eine weiche Stelle auf dem Sofa, nachdem sie mit ihnen joggen waren. Rhodesian Ridgebacks sind klug, aber manchmal auch störisch. Sie haben einen mäßigen Energiepegel und ein pflegeleichtes Fell. Diese Welpen brauchen jedoch viel Bewegung und Auslauf und würden in einer Wohnung nicht so gut zurechtkommen. Sie passen auch besser zu einem erfahrenen Tierhalter, der sie konsequent erzieht. Erfüllen sie die Bedürfnisse der Rasse und sie werden mit einem treuen Begleiter belohnt. Interessante Fakten über diese Rasse Das erste, was den Menschen am Rhodesian Ridgeback auffällt, ist in der Regel der charakteristische Rücken, der ihm seinen Namen gibt. Der Kamm verrät einen Teil seines Erbes, das eine Mischung aus europäischen Jagdhunden und afrikanischen Hunden ist, die diesen charakteristischen Kamm hatten. Sie bemerken auch seine starke Athletik, seine edle Haltung und die Intelligenz in seinen Augen. Die Geschichte der Rasse trägt nur noch mehr zu seiner Anziehungskraft bei. Seine Besitzer werden oft gefragt, hat diese Hunderasse wirklich Löwen gejagt? Die Antwort lautet, ja, der Rhodesian Ridgeback wurde in Afrika entwickelt, um Großwild wie Löwen, Bären und Wildschweine in die Enge zu treiben und zu halten. Auch heute wird dieser Hund noch zur Jagd eingesetzt. Einige Vertreter der Rasse haben sich sogar auf das Vorstehen und Apportieren spezialisiert. Der Rhodesian Ridgeback nimmt auch an verschiedenen Hundesportarten teil. Darunter Agiliti, Kursing, Obediens und Pferdensuche. Er ist ebenso ein guter Begleiter beim Wandern oder Joggen. Als Welpe ist der Rhodesian Ridgeback aktiv und übermütig, aber er reift zu einem Hund mit mäßigem Bewegungsbedarf heran. Geben Sie ihm ein paar Mal am Tag einen ausgiebigen Spaziergang oder ein Apportierspiel. Er sollte außerdem die Möglichkeit haben, in einem sicher eingezäunten Bereich zu laufen. Diese intelligente Rasse braucht aber auch geistige Anregung. Ein gelangweilter Rhodesian Ridgeback ist ein zerstörerischer Rhodesian Ridgeback. Gegenüber Fremden ist der Hund würdevoll und zurückhaltend. Für seine Familie ist er ein ruhiger, sanfter Begleiter, der in der Lage und bereit ist, sein Zuhause und seine Menschen zu verteidigen, wenn es nötig ist. Aufgrund seiner Größe, Intelligenz und Kraft ist er nicht die Rasse für jedermann. Für erstmalige oder ängstliche Hundehalter könnte dies zu einer Herausforderung werden. Wenn Sie einen starken, selbstbewussten Hund suchen, der außerdem Sanftmut, Hartnäckigkeit und Sinn für Humor in einem kurzhaarigen, pflegeleichten Paket vereint, dann ist der Rhodesian Ridgeback vielleicht die perfekte Wahl. Geschichte Der Rhodesian Ridgeback, einst als African Lionhound bekannt, wurde in Südafrika von Burenfarmern entwickelt. Die Farmer brauchten einen vielseitigen Jagdhund, der den extremen Temperaturen und dem Gelände im Busch standhalten konnte, der überlebte, wenn die Wasservorräte knapp waren, der das Eigentum beschützte und der ein Begleiter für die ganze Familie war. Sie kreuzten Hunde, die sie aus Europa mitgebracht hatten, wie Doggen, Mastiffs, Windhunde, Bluthunde, mit einem halbwilden einheimischen Hund, der von den Koi-Koi, einem Hirtenvolk, gehalten wurde. Dieser Hund hatte einen charakteristischen Harkamm auf dem Rücken. Die Züchter stellten fest, dass Kreuzungen mit diesem Harkamm in der Regel ausgezeichnete Jäger waren. Anfangs setzten die Buren die Hunde vor allem ein, um Rebhühner aufzuscheuchen oder einen verwundeten Bock zu erlegen. Als die Großwildjagd populär wurde, stellten sie fest, dass die Hunde gut geeignet waren, um sie zu begleiten, wenn sie vom Pferd aus auf Löwenjagd gingen. Die Hunde hielten den Löwen in Schach, bis die Jäger eintrafen. Ein Jäger namens Cornelius von Reuen begann ein Zuchtprogramm im damaligen Rhodesien, dem heutigen Zimbabwe. Ein Rassestandard, eine schriftliche Beschreibung, wie die Rasse aussehen und sich verhalten sollte, wurde 1922 festgelegt und hat sich seither kaum verändert. Im Jahr 1924 wurde der Rhodesian Ridgeback offiziell von der südafrikanischen Kennel Union anerkannt. Einige Rhodesian Ridgebacks gelangten möglicherweise schon 1911 in die Vereinigten Staaten, aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sie in großer Zahl in die USA, nach Großbritannien und Kanada eingeführt. Persönlichkeit und Charakterzüge Der Rhodesian Ridgeback ist unabhängig und intelligent. Das ist eine Kombination, die unterhaltsam, frustrierend und lohnend zugleich sein kann. Es ist wichtig, früh mit dem Training zu beginnen und fest, aber nicht hart und konsequent zu sein. Aufgrund seiner jagdlichen Wurzeln hat der Rhodesian Ridgeback einen ausgeprägten Beutetrieb. Das bedeutet, dass streunende Katzen und andere kleine pelzige Tiere in ihrem Garten nicht sicher sind. Es bedeutet gleichzeitig auch, dass ihr Garten sicher eingezäunt sein sollte, um zu verhindern, dass er auf eigene Faust auf die Jagd geht. Im Welpenalter ist er überschwänglich und aktiv, später wird er zu einem ruhigen Hund mit mäßigem Bewegungsbedarf. Der Rhodesian Ridgeback beschützt sein Zuhause und macht sie durch aktives Bellen auf Probleme aufmerksam. Fremden gegenüber ist er zurückhaltend, im Umgang mit Familienmitgliedern jedoch sanft und anhänglich. Wie alle Hunde brauchen auch Rhodesian Ridgebacks eine frühe Sozialisierung, das heißt sie müssen schon in jungen Jahren mit vielen verschiedenen Menschen, Sehenswürdigkeiten, Geräuschen und Erfahrungen in Kontakt kommen. Die Sozialisierung trägt dazu bei, dass ihr Welpe zu einem vielseitigen Hund heranwächst. Haltung Rhodesian Ridgebacks können sich an eine Vielzahl von Häusern, einschließlich Wohnungen anpassen, solange sie täglich Bewegung bekommen. Sie sollten im Haus mit ihren Menschen leben, nicht draußen in einem Auslauf oder Zwinger. Der Zugang zu einem sicher eingezäunten Hof ist ideal. Sie werden versuchen auszubrechen, wenn sie sich langweilen. Sorgen sie also nicht nur dafür, dass ihr Zaun nicht übersprungen, überklettert oder untergraben werden kann, sondern beschäftigen sie ihren Hund mit Training, Spielen oder Hundesport. Wenn sie ihn stundenlang allein im Garten lassen, ist dies eine Einladung zur Gartenumgestaltung. Selbst wenn er sich nicht besonders langweilt, neigt ein Rhodesian Ridgeback oft dazu, große Löcher zu graben, damit er sich in der kühlen und bequemen Erde ausruhen kann. Stellen Sie sich darauf ein, ihm einen Teil des Gartens zur Verfügung zu stellen, oder Sie müssen sich damit abfinden, einen verkraterten Garten zu haben, der der Oberfläche des Mondes ähnelt. Geben Sie Ihrem Rhodesian Ridgeback täglich mehrere 15- bis 20-minütige Spaziergänge oder Spielstunden, sowie mehrmals pro Woche die Möglichkeit, in einem sicher eingezäunten Bereich zu laufen. Wegen des starken Beutetriebs dieser Rasse muss er in nicht eingezäunten Gebieten unbedingt an der Leine geführt werden. Ihr Rhodesian Ridgeback kann unverhofft einer Katze, einem Kaninchen oder einem Radfahrer hinterherlaufen, ganz gleich wie gut er trainiert ist. Diese Hunde sind im Allgemeinen anspruchsvolle Bäller. Das bedeutet, sie bellen nur bei wichtigen Dingen. Aber jeder Hund kann zu einem lästigen Bäller werden, wenn er nichts anderes zu tun hat. Beginnen Sie frühzeitig mit dem Training, zunächst mit einer Welpenschule, gefolgt von einem Grundgehorsams-Curs. Der Rhodesian Ridgeback hat seinen eigenen Kopf und kann stur sein. Um ihn erfolgreich zu erziehen, müssen Sie hart und konsequent, aber nicht zu streng sein. Verwenden Sie positive Verstärkungstechniken wie Lob, Spiel- und Futterbelohnungen. Fellfarbe und Pflege Das Fell des Rhodesian Ridgebacks ist kurz, glänzend und in der Regel geruchsneutral. Die Hunde, die im Haus leben, haren das ganze Jahr über wenig, während diejenigen, die im freien Leben, saisonal stärker haren. Die Farbe des Fells reicht von heller Weizenfarbe bis zu roter Weizenfarbe. Einige Ridgebacks haben schwarz an der Schnauze, den Ohren oder um die Augen. Der ausgeprägte, spitz zulaufende Haarkamm auf dem Rücken wächst in entgegengesetzter Richtung zum Rest des Fells. Er beginnt kurz hinter der Schulter und verläuft bis zu einem Punkt zwischen dem Hüftansatz. Der Kamm hat in der Regel zwei Quirle, das heißt kreisförmig wachsende Haare, die sich direkt gegenüberliegen. Ein Rhodesian Ridgeback mit nur einer Krone oder mit mehr als zwei Kronen hat im Ausstellungsring kaum eine Chance. Wenn es um die Pflege geht, ist der Rhodesian Ridgeback ziemlich pflegeleicht. Streichen Sie ihm wöchentlich mit einer Gummibürste über den Kopf, um lose oder tote Haare zu entfernen, und wischen Sie ihn dann mit einem feuchten Tuch ab. Woiler Ein sauberer Rhodesian Ridgeback Weitere Pflegebedürfnisse sind die Zahn- und Nagelpflege. Würsten Sie die Zähne Ihres Hundes mindestens zwei bis dreimal pro Woche, um Zahnstein und Bakterien zu entfernen. Täglich ist natürlich besser. Schneiden Sie seine Nägel je nach Bedarf ein bis zweimal im Monat. Wenn Sie die Nägel auf dem Boden klacken hören, sind sie zu lang. Kurze Nägel halten die Pfoten in gutem Zustand und reduzieren das Verletzungsrisiko. Beginnen Sie mit der Fellpflege Ihres Hundes schon im Welpenalter, um ihn daran zu gewöhnen. Fassen Sie häufig seine Pfoten an, Hunde sind empfindlich, wenn es um ihre Füße geht, und schauen Sie in sein Maul und seine Ohren. Machen Sie die Fellpflege zu einer positiven Erfahrung, die mit Lob und Belohnungen einhergeht, und Sie legen den Grundstein für einfache tierärztliche Untersuchungen und andere Handgriffe, wenn er erwachsen ist. Kinder und andere Haustiere Der Rhodesian Ridgeback ist tolerant gegenüber Kindern jeden Alters, aber er ist groß und kann für ein Kleinkind zu ungestüm sein. Wie bei jedem anderen Hund auch, sollten Sie den Kindern beibringen, wie Sie sich Ihrem Rhodesian Ridgeback nähern und ihn anfassen können, und alle Interaktionen zwischen Hunden und kleinen Kindern überwachen, um zu verhindern, dass eine der beiden Parteien beißt oder am Schwanz zieht. Der Rhodesian Ridgeback kommt gut mit anderen Haustieren aus, wenn er mit ihnen aufgewachsen ist. Rüden neigen dazu, anderen Rüden gegenüber aggressiv zu sein, besonders wenn sie nicht kastriert sind. Es ist wichtig, einen Rhodesian Ridgeback richtig mit anderen Hunden und Tieren zu sozialisieren. Bringen Sie ihn schon im Welpenalter mit vielen anderen Lebewesen in Kontakt, denn die Toleranz, die er Tieren in seinem Zuhause entgegenbringt, überträgt sich oft nicht auf Tiere außerhalb seiner Familie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!